Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. In dieser Episode sprechen wir über die vergangene UFC Fight Night Thiago Santos vs. Glover Teixeira und blicken ein wenig vor auf die nächste UFC Fight Night mit Islam Makhachev vs. Havel Dos Anjos im Main Event. Viel Spaß dabei und dann würde ich auch gleich mal zur Fight Night von heute Nacht kommen, denn in den Prelimps hatten wir eine der wirklich bösesten und ich will nicht sagen ekligsten Verletzungen, ja sind Verletzungen eklig, ich finde das ist immer so ein komisches Wort zu sagen eine Verletzung ist eklig, aber auf jeden Fall eine der bösesten Verletzungen überhaupt. Wer hat Max Griffin vs. Brahimai und Max Griffin hat einen Ellbogen rausgehauen, dieser Ellbogen hat das Ohr von Brahimai fast komplett abgerissen. Eine brutale Verletzung, auf dem Twitter Kanal von UFC Boss Dana White sieht man die Verletzung nochmal, er hat das Ganze nochmal extra gepostet, also Wahnsinn. Wenn man gerade nicht am Essen ist und wenn man den Nerv dafür hat, dann schaut euch das auf jeden Fall einmal an, falls ihr die Prelimps nicht gesehen habt. Auf der Main Card hatten wir dann Raoni Barcelos vs. Halitaha. Halitaha hat eine Decision verloren. Schade für Halitaha, definitiv einer der Rising Stars, auch der deutschen MMA Szene, aber was soll's. Raoni Barcelos ist ein sehr, sehr starker Allrounder, auch ein Ersatzgegner, wenn ich mich recht entsinne, das heißt er ist sehr kurzfristig eingesprungen auf Short Notice und ja, Halitaha steht jetzt 13 zu 3, das ist kein schlechter Rekord, das ist ein guter Rekord und ich denke nichtsdestotrotz, dass es viel weiter gehen wird in der UFC. Im Comin Event hatten wir Andrzej Lofsky vs. Tanner Bowser. Andrzej Lofsky hat ebenfalls eine Decision gewonnen und Andrzej Lofsky hat allen einfach mal gezeigt, dass man auch im Alter noch trotzdem gut kämpfen kann und auch wenn man ein bisschen älter ist, trotzdem noch gut performen kann. Wer uns das übrigens auch gezeigt hat, ist Glover Teixeira. Ich hab ja wirklich mit vielem gerechnet. Ich hab damit gerechnet, dass Glover Teixeira eine Decision gewinnt, damit, dass Thiago Santos durch einen Headkick diesen Kampf brutal gewinnt, ihn finisht und was auch immer. Aber ich hab nicht damit gerechnet, dass Glover Teixeira so stark sein wird. Glover Teixeira, der Mann ist 41 und hat jetzt 5 Siege in Folge. Kann sich das jemand vorstellen? Vor allem dann noch gegen einen Thiago Santos. Thiago Santos, der gegen John Jones eine Split Decision verloren hat. Ja, er hat verloren, aber ein Judge hat Thiago Santos diesen Kampf gegeben. Absoluter Wahnsinn. Die Situation ist jetzt ein bisschen kompliziert. Wir hätten jetzt eigentlich im Mittelgewicht Whittaker vs. Adesanya und im Light Heavyweight Blachowicz gegen Glover Teixeira, aber nein. Stattdessen sehen wir Blachowicz gegen Adesanya. Bisschen ärgerlich. Das hält beide Gewichtsklassen ein bisschen auf. Vor allem, wenn beide Gewichtsklassen eigentlich unfassbar aktiv sind. Das heißt, beide Gewichtsklassen sind aktiv. Bei beiden hat man seine Contender, bei beiden haben die Kämpfer Bock. Aber es kommt nicht zu den Titelkämpfen, eben weil da ein neuer Champ Champ erkoren werden soll mit Adesanya. Adesanya soll halt der nächste große Superstar der UFC werden. Und deshalb will man hier Blachowicz gegen Adesanya buchen. Schade. Ich hätte gern Teixeira vs. Blachowicz gesehen. Santos vs. Blachowicz wäre natürlich auch interessant, denn die beiden haben schon mal bei der UFC Fight Night in Prag gegeneinander gekämpft. Damals konnte Thiago Santos Jan Blachowicz ausknocken. Wer mich kennt, weiß, ich bin kein Fan von MMA-Mathematik und würde nicht sagen, dass das unbedingt nochmal passiert. Aber Thiago Santos hat halt Blachowicz schon mal ausknockt. Dann kommen wir auch mal zur nächsten UFC Fight Night mit Islam Makhachev vs. Rafael dos Anjos im Main Event. Prinzipiell auch das größte Highlight auf dieser Fight Card. Die größten Kracher sind hier jetzt nicht angekündigt. Ich sehe es hier gerade auf Topology. Ja, Islam Makhachev vs. Rafael dos Anjos wird ein super, super guter Kampf. Makhachev hatte auch in der Vergangenheit seine Probleme in den Kämpfen. Da kann ich mich gut an Kämpfe erinnern, wo ich mir noch dachte, okay, das wird ein knappes Ergebnis. Nichtsdestotrotz wird auch er sich weiterentwickelt haben. Rafael dos Anjos auf der anderen Seite. Ja, möchte einfach mal zeigen, dass er es noch drauf hat. Das Problem bei RDA ist einfach so ein bisschen, ja, er ist relativ klein, aber dann ist er auch zu schwer. Hat wichtige Kämpfe verloren in letzter Zeit auch. Ja, RDA verliert einfach oft die wichtigen Kämpfe. Vor allem in letzter Zeit ist er nicht mehr der Alte, was ich ein bisschen schade finde. Für Makhachev ist es natürlich das Ticket in die Top 10. Makhachev will weiter nach oben. Khabib spricht ja auch oft davon, dass das der nächste Champion wird, dass das ein langer Champion wird. Und ein großartiger Champion. Ich denke aber, da brauchen wir noch zwei, drei Jahre, bis wir Makhachev wirklich ganz, ganz oben im Lightweight sehen. Und nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja. Link für einen Gratis-Monat. Beide Sorgen gibt es wie immer in der Instagram-Story von WeLoveMMA. Das ist eine relativ kurze Episode, aber die Kämpfe waren auch nicht so besonders, nicht so spektakulär. Und auch bei der nächsten UFC Fight Night, Makhachev vs. Dos Anjos, gibt es einfach kaum Kämpfe, über die man sprechen kann. Wo dann mehr als nur 20% der Zuhörer wissen, wer die Kämpfe überhaupt sind. Deshalb sprechen wir einfach mal nur über das Main Event. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Vielen Dank für euren treuen Support. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.